So, weiter geht's. Kann ich auch her? Huch! Oh mein Gott, wie süß ist die denn? Oh mein Gott, wie niedlich! Oh, ist die süß! Oh, ich kann die ziehen. Oder schieben. Wohin muss die? Ich geh einfach mal hier längs. Wartet kurz. Oh, die sind so süß. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Hui! Patsch! So! Dann ist sie wieder bei der... Ah, okay. So, du auch noch. Los! Oh, die sind schon niedlich. Oh Gott, sind die süß. Die sind niedlich. Wartet kurz. Mal eben ganz kurz gucken, ob ich da noch irgendwas anderes machen könnte. Eventuell. So drunter. Okay. Aber da oben ist noch eine. Ah, seht ihr? Ich kann nämlich hier doch noch was tun. Ha! Da ist noch eine Schildkröte. Los, runter mit dir! Juhu! Ha! Bingo! Cupshot! Cupshot! Achso, der Kling ist mit. Jo. Ach. Mensch, du warst aber eine fleißige Schildkröte. Drei Babys hast du. Patsch! Das ist cool. Ja! Ich hab Schildkrötenbaby ich befreit. Hm? Ach, das ist die... Ja. Auf geht's! Aha. Fängt er hier an zu flirten. Ach. Den Kling magst du nicht, wa? Wow. Hier sind Menschen. Eingefrorene Menschen. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Aber ich glaube auch, dass ich hier noch ein Stückchen weiter kann. Eine Bank. Okay. Okay. Oh, Wundchen. Oh. Wow. Oh Gott, das ist so geil. Es ist einfach so geil gemacht. Ich freue mich so, dass ich dieses Spiel entdeckt habe. Beziehungsweise, dass mein Freund dieses Spiel entdeckt hat und es mir gezeigt hat. Oh, das ist einfach unfassbar gut. Gut, das könnte ein bisschen dauern. Hin, 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 hin. Da, da. Ah, okay. Ups. Gut. Dann nehmen wir die jetzt mal hier runter und können damit eine Brücke bauen. Sozusagen. also wie schon gesagt es ist also sie sprechen halt eine sprache die nicht wirklich unsere ist aber man versteht sie halt dadurch dass sie auch zeigen was sie wollen und zeigen was sie meinen da geht ganz schön in die arme ja ist doch gut wir machen ja schon so auf geht's oh die läuft aber komisch die ist ganz schön gelenkig vor allem ich finde es auch interessant ihr müsst einfach mal auch auf den hintergrund achten beziehungsweise auf das was hier so im bild außerhalb des weges vor sich geht das ist einfach alles so interessant gestaltet auch teilweise okay kommen wir offensichtlich auch nicht weiter hier anscheinend auch irgendeine schlacht oha haben die hier solche die haben solche ogre benutzt um die rammböcke da an zu 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 dingsen dingsbumsen zu benutzen okay oh oh gott nein oh gott naja naja ist der name von dem großen keine ahnung was otter hier okay hä und jetzt wir lassen uns jetzt darüber schießen ja sehr geil na dann steigen wir da rein kleiner oh gott das ist so makaber es ist so gut okay gut dass wir so einen kräftigen boy dabei haben hier jetzt gehen wir hier auf zwei verschiedenen seiten so was so was sie ist unsichtbar oh gott bei jedem schritt vibriert mein controller was ist das für ein ach du scheiße das ist ziemlich seltsam das ist ziemlich seltsam boah es vibriert immer noch gut einmal hier rüber kraxeln ja nee ist klar alter wo ist die aufgewachsen was hat die für skills ja gut ah ok ja genau als ob der uns jetzt nicht sieht oh gott wisst ihr an was mich das ding erinnert oh holy shit schnell laufen ich weiß nicht wer von euch mein thief let's play gesehen hat also von dem neuesten thief da ist bei einem level dass ich moira nennt was ja dann musst du das aber erst hier rum dass ich moira nennt da ist man in so einer irrenanstalt und da gibt es irgendwo so einen so einen wärter der so ich nehme an es ist ein verstorbener wärter der einfach nur so ein flimmern ist das da durch die flure läuft und das wenn nicht erwischt dass sich dann erstmal k.o. haut und genau so ein flimmern ist der hier halt auch quasi sozusagen daran erinnert mich das gerade irgendwie ziemlich oh schnell oh 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 gehrt ich hab angst bitte öffne bitte öffne oss nicht bitte öffne Oh dieses vibrieren auch nicht auf dem controller hast du erstmal einen puls von 180 mindestens oh my god oh 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 Gott, diese Vibration. Oh, war das so aufregend. Ah, Yanni ist klar. Ach, der Arme. Kommt sich wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigt vor. Oh, oh. Oh. Ein Knutscher bekommen. Ein bisschen Knutscher. Sekunde, kurzes Päuschen, bin gleich wieder da. Ja. Ja.